Servus und hallo bei Not, Another Dope Show. Ich habe mir meine eigene Theorie gehört, warum das Cannabis heutzutage 2019 immer noch verboten ist in Deutschland, immer noch illegal ist. Das eine ist ja, als Begründung hält es immer noch her, dass wir da so einen Vertrag, also Deutschland einen Vertrag mit unterschrieben haben, den Single Drugs Conventional. Das heißt, auf jeden Fall geht es da darum, dass bestimmte Substanzen halt minimiert werden sollen und einige Drogen halt von der Herdfläche verschwinden, was halt nicht funktioniert hat. Das ist das eine. Das andere ist aber, auf Bestreben von damals Amerika und Ägypten wurde Cannabis mit aufgenommen. So, das wird jetzt andauernd als Begründung herangezogen, wieso es halt nicht legalisiert werden könnte. Die Wahrheit ist, dieser Vertrag, der hat überhaupt keine Konsequenzen. Sieht man in Uruguay, da passiert halt nichts. Und Kanada, es passiert nichts. In Amerika, die, die so schlimm diesen Krieg gegen Drogen geführt haben und auch teilweise heute noch führen, sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg im Westdeutschland die Besatzungsmacht schlechthin gewesen. Das waren dann am Ende, wurde es uns verkauft als unsere Freunde. Das ist mir auch scheißegal, weil es hat uns nicht geschadet. Sie waren auch ein bisschen Beschützermacht und alles und ich glaube, dass die CDU heute noch mit Amerika so extrem verbandelt ist, dass sie sich nicht trauen, entgegen der Meinung von den USA, Cannabis zu legalisieren. Egal wie logisch das es wäre, weil es ist logisch. Nichts ist unlogischer als dieses schädliche Verbot, dass Menschen illegalisiert, sage ich jetzt mal, ihr Tun illegalisiert. Wie willst denn du Cannabis konsumieren, was ja dein gutes Recht ist als Erwachsener, wenn du es nicht besitzen darfst oder dir es nicht beschaffen darfst, nicht anbauen darfst? Gar nichts. Da lachen sie sogar mal so hämisch, wenn sie das so erzählen. Ja, ist ja nicht verboten, aber was gibt es denn da eigentlich zu lachen? Es ist überhaupt nicht witzig. Es wird tagtäglich in Deutschland das Grundgesetz gebrochen von der Bundesrepublik Deutschland gegen Cannabiskonsumenten. Ziegtausende werden jeden Tag kontrolliert und dabei erwischt und dann geht das seinen Gang. Es ist so unnötig, weißt du. Aber ja, ich glaube, wenn die USA endlich komplett legalisieren würde, dann endlich wird es bei uns auch fallen. Nicht vorher. Es hat alles wirtschaftliche Interessen und ich bin mal sicher, dass die, bevor die Merkel-Ära nicht zu Ende ist, also die Generation, wo die Frau Merkel anführt und all die, die damit verbandelt sind, bevor die nicht weg sind, wird es nicht legal. Es sei denn, sie wollen den Grünen ein Thema wegnehmen, indem sie es einfach legalisieren. Dann haben sie kein Wahlkampfthema mehr. Es ist so. Wenn es Cannabis legal ist, dann fällt da ein riesiger Brocken weg, was sie sagen können. Ja, hier wir. Und man braucht sich ja nur das Medizingesetz anschauen, damit man sieht, wo es dann hinführt, wenn wir eine Legalisierung, Marke CDU bekommen würden. Da dürfen dann vier, fünf große Firmen, die sehr gut vernetzt sind, Gras anbauen und alle anderen, die gehen leer aus. Besonders die Menschen, die dafür gekämpft haben, für die Legalisierung, weil uns können sie nicht ausstehen. Ich bin auch einer mit denen, die dafür kämpfen, für die Legalisierung. Zwar nicht mehr ganz so aktiv momentan, weil ich gesundheitlich angeschlagen bin, aber trotzdem versuche ich beim nächsten Smokin wieder mit dabei zu sein und da aktiv mitzuwirken. Ja. Das ist noch am 20. April. Um 16.20 Uhr. Gellek Zappan kommt es vorbei. Da könnt ihr mich auch mal treffen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber darum geht es gerade nicht. Es geht einfach darum, dass es so absolut unlogisch ist, Menschen dafür zu bestrafen, weil sie sich dazu entscheiden, kein Bier zu trinken, sondern einen Joint zu rauchen. Ja. Alleine dieses Gefühl, was man hat, wenn man in Bayern lebt und dort mit der Repression ja konfrontiert ist und da was raucht und wenn man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat mit der Polizei, wie die drauf sind, dann hat man immer ein ungutes Gefühl. Ja. Jetzt stelle ich mir das so vor, ich mache eine lange Pause, vertragt nichts und kriege ein sehr psychidyllisches Gras und dieses psychidyllische Gras macht mich vielleicht ein bisschen ängstlich oder paranoid, weil vielleicht zu wenig Gessen aber irgendeinem Tag oder das Setting nicht so richtig passt oder weil ein Typ dabei ist, den er nicht mag. Und dann fährt bloß die Polizei vorbei. Dann schwöre ich dir, fahre ich einen Horrorfilm. Das Herz klopft, das Althronomin, was man ausschießt, was ja ganz normale Körperreaktionen und alles Mögliche. Das nimmt mir viel stärker wahr. Ja. Und da kann es schon sein, dass der eine oder andere richtige Panikreaktion auch noch hat und dann vielleicht einen Impuls. Weiß ich nicht. Manche Leute haben ja die Pulse nicht ganz im Griff und die flippen halt dann aus. Weißt du. Und ja, seit ich in Berlin lebe, ich habe ja hier lange gelebt, bevor ich wieder Cannabis konsumiert habe, habe ich ja hier schon mitgekriegt, dass die Polizei anders drauf ist. Und als ich dann wieder angefangen habe, war es auch gleich ganz anders. Ich habe nie ein schlechtes Gefühl, wenn der Polizei vorbeifährt, wenn ihr uns geraucht habt. Und seit ich es verschrieben kriege sowieso nicht. Und seit ich es von der Apotheke und so echt. Und als ich die ersten zwei Smog-Ins angemeldet habe, habe ich ja mitgekriegt, dass die nicht gegen uns sind. Die müssen manche Gesetze, das sind halt da und der Polizeibeamter muss, er kann nicht anders. Sonst macht er sich strafbar. Und das muss uns einfach bewusst sein. Wir dürfen ihnen gar keine Anlässe geben, dass sie eingreifen müssen. Das heißt, hockt euch nicht in der Nähe von einem Spielplatz hin zum Käfen. Versteckt euch nicht hinter dem Gebüsch. Weil es einfach komisch ist, wenn Leute hinter dem Gebüsch hocken. Das ist doch logisch, oder? Aber wenn du einen kleinen Stick drauf auf der Leine und den nicht weitergibst, dann schaut das ja im Polizeibeamten auch nicht aus wie eine illegale Handlung. Und dann muss dich nicht kontrollieren. Dann sind wir aber schon wieder bei dem anderen Thema, dass sie halt natürlich alle Jugendlichen kontrollieren, weil die halt einfach potenziell alle was stecken haben könnten. Und jeder, der erwischt wird, ist für einen Polizisten, natürlich eine aufgeklärt, die Kraft hat, auf dem Karriereleiter nach oben. Und da in Bayern, die brauchen gar nichts zu tun, so sauberen Männer, die, was sie dort fordern, die, wie heißen sie, die Polizeigewerkschaft in Bayern, was die jetzt jetzt fordern. Bußgeld und bla bla bla. Ja klar, da haben sie was zu tun. Die ständig arbeiten und sie kriegen Geld, verdienen damit Geld. Verstehst du? Was soll denn das? Er fordert eigentlich den Bayern, den Untergrund zu stärken. Bei den Konsumenten passiert ja nichts mehr. Also, ich schwöre es euch, sobald das so ist, dass einem Konsumenten, wenn er erwachsen ist, nur noch ein Bußgeld droht, wird das ganz krass zunehmen, weil sie dann kontrollieren wieder wie die Blöden, dass so eine Anzeigen hagelt und Bußgelder hagelt. Wie halt beim Falschpacken auch. Wenn sie mal wieder Geld brauchen, gehen sie los, dann haben wir noch auf die Kiffer gejagt, zur Kasse gebeten. So, aber die Angstschwelle ist ja weg. Die Leute zeigen sich mehr. Das heißt nicht, dass es mehr Konsumenten gibt. Das ist nur, sie zeigen sich mehr. Wenn sie sich mehr zeigen, dann sinkt auch die Schwelle der Kriminellen, das zu verkaufen. Verstehst du? Und man stärkt so den Schwarzmarkt. Das Einzige, was funktioniert, ist eine regulierte Abgabe. Egal, ob man es jetzt Marke CDU, CSU macht, oder drei große Firmen, die verbandelt sind miteinander, mit CDU, CSU-Leuten, Zulieferfirmen, egal. Das interessiert uns gerade nicht, weil das will ich ja gar nicht haben, das Modell. Aber angenommen, das würde kommen. Ein Großteil von uns wäre doch zufrieden. Das ist wie mit dem Tabak. Man darf einen Tabak anbauen. Wer macht denn das? Kein Schwanz macht das, seit du es auf dem Automaten bekommen hast, und fertig im Beutel. Immer der gleiche Tabak. Und genau das ist etwas, was die CDU, CSU gerne hätte. Immer dasselbe Cannabis, was immer gleich ist. Keine Unterschiede. Nicht so wie es halt jetzt ist. Aber es geht ja nicht anders. Ich meine alles, was es gibt. Die Zelte, die Lampen, die Lüftungsanlagen, die CO2-Anlagen, die Bewässerungsanlagen, die Sachen, die alle entwickelt worden sind für Indooranbau, sind dann nur entwickelt worden, was illegal ist. Wäre es legal, dann gäbe es wahrscheinlich heute immer noch dasselbe Zeug wie in den 80ern. Samen, die mehr oder weniger fertig wären und wie so halbfertiges Gras rauchen würden. Vielleicht hätten wir dann auch Flügelöer. Die Entwicklung geht ja schon weiter, aber dieses Indoor, was es heute gibt, das gibt es nur, was illegal ist. Aber die ganze Zulieferindustrie, was da dran hängt. Also wirklich, wenn sie es ernst nehmen würden, dann würden sie einfach diese ganzen Firmen hochnehmen. Es kommt doch alles Geld, was die da verdienen. Es kommt doch aus den illegalen Gärten. Irgendwie. Ein Großteil davon sind ja welche, die sich selber versorgen, die halt ein kleines Zeltchen haben und da sind ja zwei, drei Pflanzen drin. Aber erwischt werden halt da mittlerweile auch schon die genauso wie die großen Hallen. Und überleg einmal, eine Fabrikhalle mieten, den Strom, was du brauchst, um das Ganze zu betreiben. Leute, die das Ganze bearbeiten, sodass du halt so viel da rausholst, dass du das alles bezahlen kannst und am Ende auch noch ein Haufen Geld für dich übrig bleibt. Das funktioniert dann nur, weil keiner Steuern zahlen muss. Aber der Staat verdient heute trotzdem an dem Dünger, an der Mehrwertsteuer mit, an den Lampen, an den Mehrwertsteuern mit, beim Produzieren von den Lampen, die Lohnsteuer und alles. Das ist ein Haufen Geld. Wäre es aber jetzt legal, würden sie noch mehr verdienen. Wahrscheinlich würde die Volksgesundheit sogar nach oben gehen. Man könnte Lehrgänge anbieten, Leuten anbieten, wie Groper richtig, was macht, wie trocknet man richtig. Und dann gäbe es Zubehör und alles. Da wäre so eine Messe, wie sie heute ist, ein Witz dagegen, mit die, wenn es zwei Jahre legal wäre. Das Ding würde explodieren. Was da an Geld für Deutschland drin wäre. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. So Leute, genug gelabert. Der eine oder andere ist vielleicht schon eingeschlafen. Für ihn habe ich jetzt das zu sagen, bist jetzt wach, gell? Ich weiß, ich bin in Koma. Okay, Daumen nach oben oder nach unten. Was sind Kommentare, wenn es nach unten ist? Ansonsten, Peace out.